Jo Bratkus, was geht ab und willkommen zu einem neuen Video auf diesem wunderschönen Kanal. Lasst uns 50 Likes schaffen. Wir zählen heute garantierte Icon Packs maximal bis 89. Jungs, wie immer, bei mir gibt es Preise, also schaut bei den Streams vorbei. 20 Euro für Yasinio, 20er PSN. Wir gehen rein, Jungs. Alle, die neu sind, lasst ein Follow da, dann seht ihr eurem Video. Genau wie Noah. Guckt, Noah hat gerade gefolgt. Noah 1, 2, 3, 4. Danke für deinen Follow. 3, 2, 1. Let's go. Erstes Icon Pack. Erstes Icon Pack. Nettwett. Es ist Nettwett, aber er hat mich im WL so zerstört. Ich schwöre, es ist nicht schlecht. Es ist nicht schlecht, Bruder. Man denkt, es ist kacke, aber vielleicht ist er spielbar. Lose? Schlecht? Echt jetzt? Er wünscht sich Rooney. 3, 2, 1. Let's go. Oh mein Gott. England. Rooney, Rooney, dicker, dein Rooney ist da. Oder? Ey, Mann. Ey, ist Rooney nicht Stürmer? Ehrenlos, ja. Lohnt sich das Pack? Ja, wir werden sehen. Let's go. Oh, Icon Pack, Jungs. Mit der Nase, mit der Nase. Ich gehe rein. Oh mein Gott. Jetzt ein bisschen Pack Luck. Bisschen Pack Luck. Italien? Nein, das ist, das ist, nein. Ist das Gartuso? Ei, 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 ei. Weiß ich nicht, Digga. Weiß ich nicht. Weiß ich echt nicht. Er muss das Kind ins Bett bringen. So. Vielleicht jetzt Glück, Digga. Dann bringst du mit noch mehr Liebe dein Kind ins Bett. Weißt du, ich meine? Geblendet. So, 3,80x2. Let's go. So, so, so. Len, Felix, Alem. Danke, Jungs. Oh. Digga, ich hätte nie gedacht, dass das jetzt noch ein krasser wird. Ich wollte skippen. Junge, what the fuck, Digga. Zieht immer Euro Packs bei mir. Und jetzt noch dein Icon Pack. Dann geht's aber ab, Bobberne. 3, 2, 1. Let's go. Was ist das? IV. Ach du Scheiße. Kömen oder wie auch heißt. Kömen. Ist nicht schlecht. Hä? Aber warum hat der so viel Schuss, Digga? Kann man den links spielen, oder was? Yo, Digga. Ist der kacke? Was muss man da abgeben? Nicht viel, Bruder. Nur halbe Nieren. Let's. Ich hab doch gedrückt. Jetzt. Let's go. Nicht schon wieder der gleiche. What the fuck, Digga. Warum machen die das? Yo, Alter. EA, guck den Stream, Alter. Yo, Digga. Marco hat's mit diesen Coman. Wie wird der überhaupt ausgespielt? Aber jetzt kann ich gucken, ob der ZDM spielen kann. Der kann nicht mal ZDM spielen, der Ehrenlose. Der hat Werte für ZDM. Perfekte Werte für ZDM. Ich schwöre, Bruder. Warum kann der nur IV spielen, der Knecht? So viel los. Jungs, ihr müsst doch den Briss gönnen. Ich sag win. Ich sag win. Wir gehen rein. Let's go. Das wird ein Win, Digga. Komm, Brasilien. Italien. IV, wer ist die? Cannavaro. Cannavaro ist gut. Cannavaro. Nöster. Kacke, oder? Ich hab's überhypt. Aber 89er. Alter, alles klar. Ja, Internet ist geil am Start. Lose, ne? Scheiße. Wer kann Cannavaro aber win? Boah, ich hab so Kopfschmerzen. Bruder, dein Shareplace explodiert. Dein Shareplace explodiert. Ich küsse dein Herz. Beenden sie uns gerne wieder. Let's go. Oh, das ist Deutschkopf. Und das ist nicht schlecht. Das ist der erste Win. Meiner Meinung ist der Win. Wow, Digga. Was für Werte. 90 Tempo. 91 Schuss. 90 Dribbling. Mashallah, Digga. Boah. Bin ich wieder bei Benny drin? Den hab ich doch schon, äh, Maidini. Wie? Natürlich ist der Win, Digga. Was laberst du für eine Kacke? Ist der kein Win? Big Lose. Kakashi, Alter. Hast du einen Schaden gekocht? Ey, was labern die für eine Kacke? Ich würde mich so freuen. Oh mein Gott. Der kostet wirklich über 600k, ihr Knechte. Hä? Wollt ihr mich verarschen? Das ist ein Big, 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 Big Win. Für das, was man abgeben muss. Für ein kleines 86er Team. Und ein 83er Team. Junge, Junge. GG, mein Bruder. Viel, viel Glück. Hab grad Veron gezogen. Ich lösche gleich. Warum hast du nicht bei mir gezogen, Spezi? Ich bin enttäuscht ihrer Daseinsberechtigung. Verstehst du, wie ich meine? So ein Ding ist es. Hätte bei dir gemacht, aber spiele Xbox. Okay. Ribery, Win oder Loose. Raus aus meinem Stream, dass du das fragst. Warum fragst du, ob Ribery, Win oder Loose ist? Was willst du von meinen Eiern? Kennst du diese Menschen? Ey. Ich hab grad R9 gezogen. Ist ich Win oder Loose? Halt's Moin, Bruder, ja? Wir gehen rein, Jungs. Drei, zwei, eins. Let's go. Ich hab doch gedrückt. Ich hab doch gedrückt, mein Bruder. Argentinien. RV. Wer ist denn das? Sanetti, oder? Sanetti, RV. Ja. Ist Sanetti gut? Ich weiß nicht. Ich hab mir die Preise davon nicht angehuckt. Ich weiß nicht, Bruder. Ich weiß nicht. Ist das ein Loose oder ein Kuratz? Ein Big Kuratz, Big Loose. Big Kuratz, Loose, 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 Loose. Aha. Okay. Dann tut's mir leid, mein Bruder. Ja, man kann ja auch nicht immer alles. Hör, der kostet 200k. Was habt ihr für ein Schaden, Digga? Ich find 200k kein Loose. Hä, warum denn? Guck doch, 200k geht der weg, oder? Also, du kannst ihn eh nicht verkaufen, aber warum? Der ist doch gut. Seine Werte sind jetzt nicht so kacke. Dann kannst du bestimmt mit dem ZDM spielen, oder? Ja, guck mal, der kann alles spielen. R, A, V, L, V, Z, M. Bruder, der ist multitasking, sein Vater. Was habt ihr denn? Einfach Yasinio gezogen. Labaluka, ich schick dir jetzt 20er PSN. Ihr müsst doch bei mir im Stream ziehen. Chatpack. Okay, der Bruder, ich kann nichts drücken. Also, Bruder, du kannst jetzt reingehen. Okay, drück und jetzt Chatpack. Ich gucke nicht. Warte, 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 noch nicht. Ich glaube, er hört mich. Ja, hat er aufgemacht, okay. Jetzt könnt ihr schreiben. Ich weiß, jetzt Chatpack. Und lass ihn stehen. Chatpack. Einer schreibt R9, wie lost. R9 kann man gar nicht ziehen, Junge. Zuka, Yasinio, Aua. Zuka, super. Zuka, 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 Blerd, Zuka, 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 Blerd, Zuka, Zuka, Blerd, Zuka, Zuka, Blerd, Zuka, Zuka, Blerd, Zuka, Blerd. Yasinio, wirklich. Du kommst. Du hast gelogen. Guter Stürmer. Okay, ich gucke in 3. Es kann ja nur Zuka sein. 3, 2, 1. Jetzt, ihr bimmt die Chevape in deinen Arsch. Es ist Chevape-Player. Ja, Bruder, was soll ich dir sagen? Ja, du hast selber gezogen, Dicker. Es lag in deiner Hand. Ist okay, Bruder? Du hast einen Jugo gezogen. Was willst du denn mehr? Freu dich doch. Mach doch jetzt Caller, Bruder. Kannst Caller auf Tisch? Ich kann gerne einen Follow da lassen. Ich wette, von diesen 130 Leuten sind 100 noch nicht die gefolgt haben. Oder? So, 60k. Bruder, du kannst gerne reingehen. Viel, viel Glück. Atakan. Bruder, du musst immer mit gutem Gewissen reingehen. Er sagt, ich habe immer Pech. Wir werden jetzt sehen, mein Bruder. Guck, jetzt wirst du Glück haben. Siehste? Das ist nämlich komplett kacke. Aber irgendwann wird es auch wieder gut. Du musst immer dran glauben. Ey, ist 89er aber. Ja? Aber er ist kacke wahrscheinlich, ne? Ja, Bruder. Es ist immer so die Sache, ne? Du musst halt immer dran glauben. Nee, die Hoffnung verlieren, Dicker. Guck mal, was der wert ist. Nicht abstoßen. Guck mal, was der kostet. Ja, okay. Der ist wirklich kacke, Bruder. Atakan, dann scheiß wirklich auf das Game und stoß den ab. Ich küsse dein Herz. Let's go. Nächstes Icon Pack. Jetzt aber. Jetzt kommt ein Banger nochmal. Italien. Ey, ich kann diese Italiener nicht mehr sehen. Ich kann auch Gattuso nicht mehr sehen. Junge, was ist mit Italien los? Ganz Italien gezogen. Ja, das ist übertrieben. Ich schwöre bei Gott. Okay, EM-Packs. Wir gehen rein. EM-Packs. WL-Packs. In Berlin, wenn die in Berlin spielen, ist ja immer Heim-EM. Eigentlich überall in ganz Deutschland. Die Türken sind überall. Junge, Memo. Ihr habt so einen Höhenflug. Er sagt, nur Frankreich kann Türkei aufhalten. Junge, weißt du, wer alles Türkei aufhalten kann? Die halbe Welt, Dicker. Was habt ihr für einen Schaden, Alter? Kommt mal runter von euren Trip. Türkei ist kacke im Fußball. Seht es ein. Es ist einfach Fakt. Wir haben ein Spiel gut gespielt. Schild mal eure Eier, ja. Oder sind jetzt mal wieder gut, Dicker. Die waren die letzten 19 WM's nicht dabei. Habt ihr einen Schaden, Alter? Schild mal eure Eier, Alter. Ihr habt gerade das Türkei-Brasilien gemacht. Jetzt kommen WL-Packs. Ja, Halleluja. Die gehen auch gut am Weg für euch das Spiel. Ja, das ist so übertrieben. Ich schwöre bei Gott. Okay, EM-Packs. Wir gehen rein. EM-Packs. WL-Packs. Die haben Opel zu Ferrari gemacht. Ich schwöre, Bruder. Aber Opel mit kaputten Reifen und Lenkrad. Zu Bugatti hat die gemacht. Nicht Ferrari. Modric. Hab Eike Päck. Ich komme sofort, mein Brie. Und Lewandowski. Stark. Und noch ein Impform, der keinen Bock auf sein Leben hat. Was denn hier passiert? Merkt euch meine Worte. Wir werden weit kommen. Memo, du hast gesagt, nur Frankreich kann Türkei aufhalten. Junge, Litauen kann Türkei aufhalten. Ich küsse dein Herz. Was kommt jetzt hinweg? Dembele. Doppel-Workout. Und Casimiro. Stark. Oha, Mahlen auch noch. Junge. Ist aber kacke. Wir gehen rein, Jungs. Nächstes Icon-Pack. 3, 2, 1. Jetzt kommt was krasses. Jetzt kommt ein Win. Rebri. Oh. Das war es da mal wieder komplett. Lautrup. Mein kleiner Bruder. Okay, wir gehen rein, Jungs. 3, 2, 1. Nächstes Icon-Pack. Bushi Kurats. Was kommt jetzt? Brasilien. Endlich komm, Brasilien. Komm. Portugal. Wen gibst du ja Portugal? Ist es Figo? Figo wäre Win, dicker. Figo stark, oder? Chat? Figo stark. 4, 4, Z2M. Kann er sogar auch spielen. Hey, ich finde den richtig geil. Ich würde mich über Figo freuen. Oha, Bruder. Was für Small Win. Er kostet 400k. 450k, ey. Voll gut, dicker. Big Win. Für mich Big Win. Er hat einfach geöffnet. Er hat einfach geöffnet. Niederlande, Koma. Das kommt davon. Das kommt davon. Dicker, der kommt ja 100 Mal. Ich wette, ich werde ihn auch ziehen. Ja, dicker. Was soll ich dir sagen? Was soll ich dir denn sagen, Jussi? Kenny, viel, viel Glück, mein Bruder. Ich hoffe, Yasinio. Let's go. Du kannst reingehen, mein Bruder, mein Bruder. Mein Bruder, mein Bruder. Viel Glück, jetzt Brasilien. Guck. Nein, England. Oh, wer ist das? Das ist Lampard, ne? Das ist fucking Lampard. Ne, nicht mal Skulls, Alter. Das ist ja noch schlimmer. Oh Gott. Gibst du mir 20, wenn ich Yasinio ziehe? Ja. Ja, ja. Franco, natürlich. Franco, wir kennen uns 15 Jahre. Er will 20 Euro von mir. Du kleiner Ehreloser, aber ich gebe dir. Ich gebe dir versprochen. Du kleiner. Wellow, wellow, dicker, wellow. Wellow, dicker, viel Glück. Hoffentlich Yasinio. Hoffentlich Yasinio. Du kannst jetzt reingehen. Ja, wir haben genug gewartet. Danke. Oh, was ist das? Z-U-M? Messi, oder was? Die Kelme. Passen 90, 90 Dribbling. Ja, ist aber sehr langsam, der Bruder. Das war ein Lose, mein Bruder. Schade. Ich hatte Sola und ihr. Ja, Sola ist stark, dicker. Sola ist stark. Jebo de FIFA, mein Bruder. Viel, viel Glück. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt kommt was. Deutschland. Das ist... Oh, Ballack. Ballack ist gut. Das kann nur Ballack sein. Ne, gibt es noch Schweinsteiger? Ballack. Fast rollet Gangman bei nur Defense 78. Aber ich finde, Ballack sieht nicht schlecht aus. Auf jeden Fall mehr Win als Lose, oder? Ja, kostet jetzt auch nicht so viel. Oder? Doch. Oh, doch. Der kostet 200. Über 200 kostet der. What the fuck? Ein Gepäck. Wir gehen jetzt sofort rein. Alle ein Herz rein. Alle ein Herz rein. Alle ein Herz rein. Es sind fast 300 Leute drinne. Mal gucken, wer alles gönnt. Jeder, der gönnt ein Herz. Und der nicht gönnt ein Kaka. Okay, es sind mehr Herzen drinne. Noch keiner, der Kaka geschickt hat. Ich will nur einen Namen sehen, der Kaka schickt. Auf den schiebe ich alles. Okay, okay. Ey, gute Community. Heute ist gute Community. Heute ist gute Community. Okay, wir gehen rein. Wir gehen jetzt mal ein Gepäck. Es wird eh Kaka. Aber egal. Mein Pack. Drei. Zwei. Eins. Let's go. Gebt mir Brasilien. Gebt mir Brasilien. Deutschland. Ballack. Ballack, liebe Schmidt. Bitte ein Schweinschläger oder so. Du Bastel. Wer spielt Schweinschläger? Ey, der hat aber gar nicht so kackt. Das ist kacke, ne? Besser als Ballack? Laber. Ist der besser als Ballack? Der ist gut. Digga, der hat gute Werte, Mahmut. Hier, Ben. Laber, kein Scheiß, Digga. Mann, wirklich L, Jungs. Mann, macht doch nicht so. Aber ist der... Warte mal, Chad, ganz kurz. Ist er besser als Ballack? Habt ihr den auch, Bruder? Und Ozan, wie ist er? Ozan, wie ist er? Sag es mir. Sag mir, wie ist er? Die Schweine backen Arsch. Nein. Wie ist er? Nein. Small win. Ja, small win. Er ist zu langsam und unbeweglich. Warum sagst du das? Hast du ihn schon mal gespielt, Franco? Ist er dein Bruder? Ey, geht doch, Kid. Geht doch fit. Ey, 230. Warum? Ist doch okay. Ich bin zufrieden, Bruder. Hätte schlecht. Oh, der hat nur 3-3, der Pichko. Was kann er noch spielen? L, M. Wer spielt Schweinsteiger L, M? Jungs, der mit Shadow, Bruder. Gib ihn doch. Der hat alles über 80, dann. Ich hab Herzschmerzen. Unspass. Bruder, der ist geil. Vertrau mir. Ozan, Abi. Du bist es. Ich werd dich abonnieren. Irgendwann. Mal. Vielleicht. Hab Torres gezogen. Wird oder Luz. Raus, Janik. Warum fragst du eine Scheiße, Digga? Wo ist Kevin? Benny? Luca? NMP. MNP. Raffel. Was hat er geöffnet? Hat er Iconpack geöffnet? Er geht einfach Iconpack rein. Er geht einfach Iconpack rein, während ich Follower vorlese. Und dann kommt einfach das. Was ist das? Beron. Bruder, da würde ich weinen. Weißt du, wie ich meine? Da würde ich weinen. So. Weil mein Schweinsteiger ist doch da deutlich besser, oder, Chad? Schweinsteiger besser. Ha? Abstoßen. Genau so, Alter. Ja, mein Bruder. Viel, viel Glück, Bergkamp. Du kannst reingehen. Let's go, Bergkamp. Let's go, mein Brie. Vorwart. Oh, Phantasar, oder? Phantasar ist doch Win. Kannst du bis Ende vom FIFA spielen eigentlich, Bruder. Ist okay, ja? Win, ja, ist schon, ne? Oha, Dicker, der ist mies viel wert. Was redet ihr? Der ist Big Win sogar. Uh, safe, Dicker. Phantasar ist stark. Ich hätte nicht gedacht, dass er so teuer ist. Mein Freund hat der Butra stark. Uh, jetzt noch die Bräune. Oh mein Gott, die Bräune, Dicker. Memo hat immer so einen Packlack, ne? Das ist so hart, ja? Das ist so hart. Jungs, komm, 145k. Dann geht Memo rein. Und Kante, Doppel-Walkout, oh mein Gott. Oh, sieh, mein Junge. Du hast so einen Packlack, ne? Und dieses I can pack the Memo. Uh, GG. Der Junge hat so viel Packlack. Jetzt muss ja was krasses kommen. Jetzt muss was krasses kommen. Du kannst reingehen, mein Bruder. Deutschland, oh Gott. Oh, Philipp Lahm. Der Junge ist der größte Packlack-König dieser Erde. Ehrenlos, Dicker. Ehrenlos. Der ist Win, oder? Oha, Junge, Junge, Junge. Der hat nur Packlack gerade gehabt. 2-1, let's go. Mal gucken, vielleicht ziehen wir was. Ja, na klar. Guck, das ist immer mein Leben. Ey, guck mal, 83er? Aber du kriegst auch nur 83er. Das ist so ehrenlos, ne? Ja, das ist so ein Scheiß. Mbappenlos, ja, das wäre krass. COTB-Pack, komm, let's go. Ja, Sterling. Du kannst gerne reingehen, Bruder. Viel, viel Glück. Ach, du Scheiße. Das ist hart. Das ist hart.